Das Weltfinanzsystem steht vor einem riesigen Kollaps. Also aus meinen Augen sieht die ganze Sache so aus. Wir leben inzwischen unter dem digitalen Faschismus. Also alles deutet darauf hin, dass die Weltwirtschaft weiter schrumpfen wird. Wir gehen auf einem Weg in eine Richtung, dass nur noch ganz, ganz wenige Unternehmen auf der Welt, die gesamte Welt dann beherrschen werden. Gold ist Geld, alles andere ist Kredit. Und das gilt heute eben genauso wie früher. Und Bitcoin ist ein Teil des Spiels. Und dann werden Gold und Silber zu dem auferstehen, was sie immer gewesen sind, nämlich die einzig zuverlässige und tatsächliche Währung, die es wirklich gibt. Gold steht vor irgendwann einem ganz großen Ausbruch. Und dieser Ausbruch, der wird dann auch nicht mehr aufzuhalten sein. Also wir sehen, dass in Deutschland die Linksparteien, die Grünen und so weiter auf dem abstellenden Ast sitzen. Und in Gesamteuropa eigentlich eher rechtspopulistische Parteien entstehen. Das lässt sich sowohl in Deutschland als auch in vielen weiteren Ländern, die in der Schweiz, in Österreich, in Spanien beobachten. Glaubst du persönlich, dass sich hier etwas ändert und dass hier gerade eine neue Richtung entsteht? Oder ist das genau wie dieser Strom, der erzeugt wird und auch schon 2015 erzeugt wurde und eigentlich immer bei jeder Krise, die derzeit auf der Welt entsteht, von langer Hand geplant? Wie siehst du das? Ja, ich denke, das ist einfach so ein riesiges Ablenkungsmanöver. Also man muss sagen, dass die Parlamente ja heute eigentlich gar nichts mehr zu sagen haben. Also es wird uns immer noch suggeriert, wir würden in der parlamentarischen Demokratie leben. Aber diese parlamentarische Demokratie ist ja seit 2019, seit 2020 mehr oder weniger abgeschafft. Also aus meinen Augen sieht die ganze Sache so aus. Wir leben inzwischen unter dem digitalen Faschismus. Also der Faschismus ist ja von Benito Mussolini definiert worden, als das Zusammengehen des Staates mit den großen Konzernen. Und genau das sehen wir in unserer Zeit, wobei die Staaten heute viel weniger zu sagen haben, als zu Mussolinis Zeiten. Heute ist die gesamte Welt, befindet sich im Würgegriff des digital finanziellen Komplexes und der tut und macht, was er will. Und der lässt auch nur noch solche Politiker zu, die ihn nicht direkt kritisieren oder die ihm willfährig seine Agenda durchführen. Und deswegen ist es eigentlich relativ egal, ob da Linkspopulisten oder Rechtspopulisten an der Macht sind, weil die Parlamente eben absolut so gut wie nichts mehr zu sagen haben. Das ist das auch deiner Meinung nach der Grund, dass wir immer mehr planwirtschaftliche Entwicklungen sehen. Ich muss vielleicht auch zu dem Wort Planwirtschaft nochmal bemerken, dass mir erst vor wenigen Tagen bewusst wurde, wie wenige Menschen überhaupt den Begriff Planwirtschaft wirklich interpretieren können und verstehen, was dahinter steckt. Weil wenn man das Wort und die Bedeutung aus dem ökonomischen Sinn nicht kennt, dann klingt es erst mal sehr positiv, dass die Wirtschaft planmäßig verläuft, aber dass viele Menschen überhaupt nicht wissen, dass sich dahinter wieder mal das Gesicht des Kommunismus versteckt, ist glaube ich das, was viele Menschen erst spüren werden, wenn es zu spät ist. Ursula von der Leyen hat es tatsächlich auch als Präsidentin der EU-Kommission fertiggebracht zu sagen, wir werden zum Wohlstand aller die Wirtschaft der Zukunft definieren. Mit so einer Aussage als Präsidentin einer EU-Kommission zeigt das Ganze meiner Meinung nach schon, wie weit diese planwirtschaftlichen kommunistischen Gedanken vorangestritten sind. Ist das auch Folge dessen, was wir gerade erleben? Ja, es ist eine andere Planwirtschaft. Also die kommunistische Planwirtschaft, die hat den Leuten ja vorgegaukelt, dass das Ganze in ihrem Interesse passiert. Und dieses vorgegaukelte Interesse ist inzwischen fallen gelassen worden. Wir haben die höchste Konzentration von Macht und von Geld in den wenigsten Händen, die es jemals auf der Welt gegeben hat. Und diese wenigen Ultrareichen, die steuern die Welt im Moment in ihrem Interesse. Und da wird immer mehr Planwirtschaft durchgesetzt. Da hat der Wettbewerb eigentlich ganz wenig nur noch zu suchen. Also wir haben jetzt in der letzten Woche auch in Amerika eine ganz interessante Entwicklung gehabt. Da hat Chevron das Unternehmen Hess unternommen. Dann hat ExxonMobil ein anderes großes Energieunternehmen übernommen. Also da findet ein Konzentrationsprozess statt, der alles, was bisher da gewesen ist, in den Schatten stellt. Also wir erleben, dass immer weniger Akteure das Geschehen in der Welt bestimmen und dass der Wettbewerb dabei so gut wie gar keine Rolle mehr spielt. Und wenn der Wettbewerb keine Rolle mehr spielt, dann haben wir es mit einer Planwirtschaft zu tun. Allerdings nicht mit einer Planwirtschaft bei den Leuten, den Leuten wie im Kommunismus oder damals zum Beispiel in Russland suggeriert wird, dass es in eurem Interesse, sondern bei dem ganz gnadenlos gesagt wird, das ist in unserem Interesse und ihr seid uns eigentlich relativ egal. Und deswegen führt man ja auch das neue Geld ein. Das neue Geld, das digitale Zentralbankgeld wird auch eine Art finanzielle Planwirtschaft mit sich bringen, wo ganz wenige Leute über ganz viele Leute herrschen und ganz wenige Leute ganz vielen Leuten tatsächlich ganz viele Leute von allen Finanzflüssen abschneiden können oder denen Bedingungen auferlegen können, zu denen sie einfach nicht mehr leben können. Danke dir, Ernst. Vielleicht nochmal kurz die Erwähnung. Wir werden uns am 15. November um 19 Uhr nochmal in persona live hier in Villingen-Schwenningen treffen. Ich freue mich riesig darauf, dass du den weiten Weg in Kauf nimmst und ich freue mich riesig darauf, live wieder mal ungeschönt, unzensiert die Fragen auf dich und auf mich zuzulassen. Tendenziell wollen uns die Amerikaner ja verkaufen, dass die US-Wirtschaft als stabil dasteht. Der S&P 500 ist gestiegen, wenn es auch nur sieben Unternehmen war, die ihn mit nach oben gerissen haben und die restlichen Unternehmen eher in der Seitwärtslage waren. Erwartest du eine Rezession in den USA? Erwartest du vielleicht sogar, dass es nächstes Jahr bergab geht? Oder siehst du es vielleicht anders als die meisten? Wir haben die Rezession, wir haben die ja jetzt im Moment schon. Also es wird ja immer gedreht und geschraubt an den ganzen Zahlen, die uns da geboten werden. Aber wir befinden uns in einer Rezession im Moment und die ganzen Steigerungen der Zinsen haben natürlich bewirkt, dass Investitionen immer vorsichtiger getätigt werden, dass es immer weniger Liquidität im System gibt. Also alles deutet darauf hin, dass die Weltwirtschaft weiter schrumpfen wird. Natürlich gleicht man das im Moment dadurch aus, dass der Rüstungssektor unglaublich explodiert und das ist natürlich auch die ganz große Gefahr, dass man jetzt in der nächsten Zeit erst mal voll und ganz auf Rüstung setzen wird. Aber ich denke, also vor friedlichen Zeiten stehen wir ganz bestimmt nicht, weil eben das Weltfinanzsystem und das ist etwas, was immer mehr aus der Öffentlichkeit, der Öffentlichkeit aus dem Blickfeld gerät. Das Weltfinanzsystem steht vor einem riesigen Kollaps. Also wir haben den höchsten Schuldenberg aller Zeiten. Wir haben die größten Probleme im Moment. Wir wissen, dass das ganze Bankensystem wankt. Wir wissen, dass dieses neue Geld im Hintergrund vorbereitet wird. Also ich denke, dass wir da vor ganz, ganz unruhigen Zeiten stehen. Würdest du also sagen, dass es jetzt soweit ist, dass die Zombies fallen? Das, was die Medien mittlerweile als lächerlich empfunden haben. Ich sage mal, wir sehen ja zahlreiche Unternehmen, die pleite gehen. Die deutschen Wirtschaftsnachrichten, habe ich gestern gelesen, haben geschrieben, die deutschen Unternehmen stecken in einer Kreditklemme. Das heißt, letzten Endes werden wir jetzt das sehen, dass diese Unternehmen, die eigentlich schon längst fällig waren, umkippen. Das weiß man ja, dass diese Zinserhöhungen in der Vergangenheit, in den letzten Monaten schon bewirkt haben, dass die ihre Schulden immer noch weniger bedienen können. Und das wird jetzt weiter vorangetrieben. Also diese kleinen, viele von diesen kleinen Unternehmen hoffen im Moment noch darauf, dass in den nächsten Monaten die Zinsen wieder sinken werden. Aber das wird wahrscheinlich, also meiner Meinung nach zu 100 Prozent nicht passieren, sondern ich glaube an genau das Gegenteil. Ich glaube, dass man diese Zinsen weiter erhöhen wird. Das wird dazu führen, dass ganz viele mittelständische Betriebe aufgeben werden. Profiteur wird wieder die Plattformindustrie sein. Das wird der digital finanzielle Komplex sein, der diese Unternehmen alle einverleibt. Und das wird natürlich wieder ein weiterer Schritt in Richtung Planwirtschaft sein, weil wir stehen auf, wir gehen auf einem Weg in eine Richtung, dass nur noch ganz, ganz wenige Unternehmen auf der Welt, die gesamte Welt dann beherrschen werden. Und das Interessante ist daran, dass gerade diese Unternehmen auch keine Steuern zahlen. Also ich meine, im Moment ist das so, dass der Mittelstand in Deutschland noch das Gro der Steuerabgaben aufbringt, dass große Konzerne wie Amazon keinen Cent an Steuern zahlen, aber im Moment von dieser Krise weiter profitieren. Also die große Umverteilung von unten nach oben, die läuft auf Hochtouren. Danke dir. Jetzt lass uns doch mal einen Blick auf Geld und auf echtes Geld werfen, wenn wir uns schon mal anschauen, wie die Währungen und Digitalwährungen im besten Falle sein müssen, um die Menschen unter Kontrolle zu bekommen. Dann gibt es natürlich auch immer das Gegenteil. Viele schwärmen ja davon, dass Bitcoin diese Lösung ist. BlackRock selbst macht ja mit seinem ETF gerade Schlagzeilen und bringt den Kryptomarkt ins Schwanken. Wo müssen die Menschen hinschauen, wenn wir auf echtes Geld schauen? Also siehst du zum Beispiel auch hier in den Kryptos, wir haben ja schon oft über das Thema gesprochen, aber es ist ja ein fortlaufendes, sich stets veränderndes Thema. Siehst du hier drin mittlerweile etwas anderes oder bist du immer noch skeptisch? Nein, da muss man einfach an den Satz von dem wichtigsten Banker des letzten Jahrhunderts erinnern, an John Pierpoint am Morgen, der mal gesagt hat, Gold ist Geld, alles andere ist Kredit. Und das gilt heute eben genauso wie früher und das gilt auch für Bitcoin. Bitcoin ist ein Datensatz, der einen intrinsischen Wert von Null hat. Und Bitcoin ist inzwischen ein Teil des gesamten Getriebes, das vom digital finanziellen Komplex beherrscht wird. Und wenn jetzt BlackRock auch noch ein ETF auflegt und damit dafür sorgt, dass der Bitcoin-Kurs plötzlich mal kurzfristig in die Höhe getrieben wird, dann wissen wir, Bitcoin ist ein Teil des Spiels. Also ich muss sagen, ich bin da immer mehr der Meinung, die Dirk Müller schon vor einiger Zeit vertreten hat, dass Bitcoin nichts anderes als ein trojanisches Pärt gewesen ist, um am Ende die digitalen Zentralbankwährungen einzuführen. Also Bitcoin hat ja auch, wenn man historisch gesehen die Einführung von Bitcoin betrachtet, merkwürdigerweise im Jahre 2009, gerade da, als man anfing, das Bargeld zu bekämpfen, mit dafür gesorgt, dass ganz viele Leute vom Bargeld abgekommen sind. Vor allem ganz viele junge Leute. Und Bitcoin ist inzwischen, wird an den Börsen gehandelt. Bitcoin ist ein Teil des gesamten Finanzsystems geworden. Und wenn man sich gesehen hat in den letzten Jahren, wie Bitcoin reagiert hat auf bestimmte Dinge, Bitcoin ist immer mit den Märkten mitgegangen. Und Bitcoin wird das in Zukunft auch tun. Natürlich kann man jetzt Bitcoin nochmal antreiben. Und das ist für mich auch kein Wunder, dass im Moment Bitcoin in die Höhe getrieben wird, weil dadurch diskreditiert man das Gold und das Silber natürlich. Weil also in dem Moment, wo die Leute wieder alle auf Bitcoin abfahren, werden sie sagen, also Gold und Silber ist das Geld von gestern. Aber ich sage den Leuten eins voraus, wenn die Krise richtig zuschlägt, dann wird Bitcoin auch seinen Waterloo erleben. Und dann werden Gold und Silber zu dem auferstehen, was sie immer gewesen sind, nämlich die einzig zuverlässige und tatsächliche Währung, die es wirklich gibt. Wenn wir uns jetzt mal die aktuelle Preisentwicklung anschauen, Ernst, dann sollten wir uns mal den Zinsmarkt, den Realzins anschauen und uns anschauen, was beispielsweise Gold macht. Denn normalerweise hat die Regel gegolten, wenn der Realzins im positiven Bereich liegt und steigt, dann fällt Gold. Und wenn er im negativen Bereich liegt und fällt, dann steigt Gold. Aber jetzt erleben wir ja eigentlich, dass der Realzins steigt und sich gegen Null bewegt, zumindest wenn man sich die offiziellen Inflationszahlen anschaut, bei denen wir alle wissen, dass sie geschönt sind. Und Gold steigt trotzdem und steht kurz vor einem neuen All-Time-High. Was sagt uns das? Verliert man die Macht und den Einfluss über die Manipulation solcher Märkte? Also wird Gold wieder sprechen und zu sprechen beginnen? Ja, ich denke, ja. Ich denke, dass wir da ganz kurz vor dieser Situation stehen, wo diese ganze Manipulation einfach nicht mehr funktionieren wird. Weil zu viele Leute, die auch relativ gut im System verankert sind, sehen, dass dieses System riesige Probleme hat. Und wir sehen einfach durch diese ganzen Geldausgaben, also man muss sich nur vorstellen, also ich habe es ja schon erwähnt, die USA haben sich allein in den letzten vier Wochen um eine halbe Billion weiter verschuldet. Da wird der Wert des Geldes immer weiter nach unten gehen. Und in solchen Krisensituationen suchen die Leute natürlich Sicherheit. Und Sicherheit bieten im Moment auch nicht mehr die Staatsanleihen, weil da glaubt auch im Moment keiner mehr dran, weil da gibt es ja diese neue Regelung, dass diese Staatsanleihen wieder zurückgekauft werden können. Also da wird immer noch weiter manipuliert. Also da setzt sich so ganz langsam bei gerade den Leuten, die auch relativ viel Geld besitzen, die Erkenntnis durch, dass tatsächlich Gold wirklich der einzige sichere Hafen ist. Gold steht vor irgendwann einem ganz großen Ausbruch. Und dieser Ausbruch, der wird dann auch nicht mehr aufzuhalten sein. Danke, lieber Ernst. Dazu nochmal der Aufruf. Und darum wird es auch in unserem nächsten Webinar gehen, am 15.11. Wir werden uns mal genauer anschauen, was hinter diesen Kriegen steckt. Wir werden dort ohne Blatt vor den Mund sprechen. Ich werde dort viele Fragen von euch einfließen lassen. Deswegen freue ich mich, wenn ihr euch jetzt dazu anmeldet, am 15.11. um 19 Uhr. Ernst, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich danke ganz herzlich. Ich möchte den Zuschauern auch nochmal den Rat geben. Den Link zu Ernst Vorträgen findet ihr hier unten. Sichert euch einen der letzten Plätze. Die letzten Vorträge waren alle restlos ausverkauft und stark nachgefragt. Deswegen supportet Ernst direkt damit, nicht über irgendwelche Umwege.